Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Modellbau-Hobby-Shop schaut rein beziehungsweise zu einer Ankündigung zu dem neuen Modellbau-Hobby-Shop schaut rein Heute wird es sich nicht um einen Modellbausatz handeln sondern um etwas was wir ab dem kommenden Jahr bei uns in Gebrauch nehmen werden Ich hoffe ihr habt ebenfalls viel Spaß daran zu sehen was wir uns Neues für das kommende Jahr vorgenommen haben Doch als nächstes möchten wir euch denn gleich erst einmal zeigen worum es im Groben geht beziehungsweise was denn eingetroffen ist Ein Unboxing wird es ebenfalls dazu geben Lasst euch überraschen Pünktlich zum Jahreswechsel kamen die hier zu sehenden Pakete bei uns im Shop an Wir haben uns gedacht wir möchten gerne ein wenig was Neues einführen und zwar für diese Sache wurde drüber nachgedacht an ein 3D Drucker und zwar geht es darum nicht um den um einen herkömmlichen 3D Drucker mit Filament sondern mit Flüssigresin über den dann zum Beispiel auch Zubehörteile etc. hergestellt werden können Was sich im einzelnen in den Kartons befindet Beim mittleren Karton lässt es sich ja schon erahnen was sich dort drin befindet Werden wir in den kommenden Tagen in einem weiteren Video ein etwas anderen ausgepackt Nämlich es handelt sich dabei dann nicht um einen Bausatz sondern tatsächlich einmal um den Inhalt dieser Pakete Um dann auch zu zeigen und auch den Aufbau bzw. auch die Funktionsweise und einige Probedrucke mit dem neuen 3D Drucker Ich hoffe auch diese Videos werden euch gefallen Neue Objekte sowie auch Videos zum Thema mit dem Resin 3D Druck werden wir ebenfalls bei uns auf dem Kanal im kommenden Jahr einführen Auch wenn sich die Zahl der normalen Modellbausatzvorstellungen dementsprechend natürlich nicht verändern wird Diese werden wir weiterhin im Vordergrund behalten Jedoch möchten wir unser Programm um einige individuell gestaltete bzw. individuell hergestellte Zusatz- bzw. Ausrüstungsteile ergänzen Und würden uns freuen, wenn ihr uns dazu auch ein wenig unterstützt Wie im Hintergrund mittlerweile ein wenig zu hören Wir haben heute den 31.12. Sprich Silvester Wir möchten euch dann auch nicht länger abhalten vom weiteren Feiern Würden uns freuen, wie gesagt, wenn ihr uns auch weiterhin treu bleibt auf diesem Kanal Auch gerne weiterempfehlt Damit wir möglichst noch einige Abonnenten mehr bekommen Der Modellbau-Hobby-Shop wünscht allen Abonnenten sowie weiteren Zuschauern Kunden einen guten Rutsch ins Jahr 2020 Und wir würden uns auch weiterhin über die Treue unserer Kunden freuen Wie gesagt, empfehlt unseren Kanal auch gerne noch in eurem Bekanntenkreis weiter Oder ihr dürft natürlich auch gerne einen Link dazu teilen So dass wir doch noch einige Abonnenten dazu gewinnen können Wie gesagt, alles Gute fürs kommende Jahr Guten Rutsch Und kommt vernünftig in das neue Jahr hinein Herzlichen Dank fürs Zuschauen Es bedankt sich das Team um den Modellbau-Hobby-Shop Auch im kommenden Jahr wird es natürlich Neuheiten bei uns geben Auch diese werden in Kürze auf unserem Kanal folgen